Servus Leute, zurück zu Let's Play Command & Conger Generals! Nachdem wir mit China erfolgreich die GBA vernichtet haben oder aus den Ländern vertrieben haben, schauen wir uns an, wie die GBA, die globale Befragungsarmee, darauf reagiert. So, hier beginnen wir mit den... Oh, da hat man sogar noch das Bot-Gesicht. Ja, ein Rebell, ein Scorpion-Panzer und ein Kampf-Jeep. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wir sind wieder... Ist das wieder... Nee, das ist kein China, das ist Kasachstan, oder? Mein General, hören Sie auf den Rat Ihres treuen Verbündeten Kenwar Khan. Wir haben im Kampf gegen den Drachen des Ostens viele Männer verloren. Doch auch unsere Feinde sind geschwächt. Wichtige wirtschaftliche und zivile Einrichtungen sind unbewacht. Diese Einrichtungen sollten unsere nächsten Ziele im Kampf gegen die imperialistischen Unterdrücker sein. Wir müssen uns erheben. Führen Sie uns zum Sieg! Kampf dem Imperialismus, okay. So, auf zum Sieg! Viele unserer Brüder sind gefallen, die Stellung der Chinesen sind geschwächt. Zerstören Sie die chinesischen Einheiten. Okay, jetzt kommen die Rebellen zum Gegenschlag aus. Oder holen sie zum Gegenschlag aus. Obwohl stark geschwächt beide Seiten sind, wird da wieder weitergemacht. Entmilitarisierte Zone funktioniert... Operation Todesregen! Zeit für Streit! Wir kämpfen für die Gerechtigkeit! Unsere Soldaten sind bereit! Hier werden wir in Donnersturm über unsere Beine gebrochen. Autobahn, Achtung! Die werden für unsere Ziele ausgebildet. Ihre Armeen werden uns abgebildet. Okay, es geht ordentlich zur Sache. Da ist ein Panzer. Da kommen Gegner. Angriff! Kampf-Jeeps! Macht sie weg! Oh, der ist durchgeraced. Naja. So, vernichtet sie alle. Wir können zwar auch die LKWs nehmen, aber ich bin kein Fan von... Wobei... Da ich kein Fan von den LKWs bin, sollte ich vielleicht die LKWs nehmen. Ich habe ein Päckchen. Dann geht das wahrscheinlich schneller. Oh, das ist übrigens was Besonderes. Oh, zu spät. Drei erledigt! Drei erledigt! Krass! Dieser Haufen, da war was Besonderes. Darauf müssen wir noch eingehen. Terror-Team! Zieht euch in unser Bergversteck zurück und bereitet euch auf den Gegenschlag vor! Die Chinesen suchen unseren Stützpunkt! Aber werden sie ihn diesmal finden? General, die Chinesen haben rund um den Damm Stellung bezogen. Die Sprengung des Dammes wird die Menschen von der chinesischen Tyrannei befreien. Das wäre wichtig, oder? Die Chinesen haben sich in diesem Dorf eingenistet und vergiften die Gedanken dieser einfachen Fischer mit ihrer Propaganda. Angeblich gibt es ganz in der Nähe einen Waffenhändler. Wenn wir ihn finden, können wir bei ihm Waffen für unseren Kreuzzug kaufen. Ganz in der Nähe? Moment! Wir müssen den Damm zerstören. Der ist ja gleich links, oder? Die Chinesen sollen für ihre Abgangs büßen. Ihre Befehle! Ich werde gehorchen! So, jetzt haben wir die... Oh, halt, nee, brauche ich gar nicht. Ich habe hier... Ich habe Hunger. Okay, mach schon. Okay. Ein Waffenhändler. Ich handle mit verschiedenen Waffen. Wie wäre es mit Raketenwerfern für eure Panzer? Ja! 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 Oh, geil! Wir kriegen jetzt schon Raketenwerfer für die Panzer? Wie brutal ist das denn, bitteschön? Das ist so geil! Dann? Skorpionarmee. Dann brauchen wir nicht mehr viel, eigentlich. Ja, das ist die erste Mission wieder. Tut mir leid, keine Auftragsnummer. Oh, schon gut, ich werde arbeiten! Da brauchen wir nicht viel erwarten. Ähm, schauen wir uns mal kurz um. Ich sehe nicht viel. Es wird eine kleine Mission für den Beginn. Oh, eine Armee Skorpione! Geil! Mit Raketenwerfern. Unser Wille ist stark. Oh, die Raketen sind so stark und die sind halt auch gut gegen, äh, gegen Truppen. Also gegen die Truppen. Die können auch die loswerden. Das ist echt geil. Weil sonst habe ich nur die Kampf-Jeeps. Die brauche ich nicht. Die will ich gar nicht. Diese LKWs. Okay. Ja, machen wir ein paar Skorpione und dann geht es eigentlich schon los. Dann können wir eigentlich schon loslegen. Mh, ein paar Rebellen ausbilden. Die sind auch günstiger, aber werden halt auch bloß einzeln ausgebildet. Wobei, ich brauche nur zu viele Rebellen. Ich habe nämlich so viele schon. Wir wollen kämpfen! Machen wir eine kleine Truppe hier zusammen. Hauptsächlich Skorpione und dann können wir eigentlich schon durchrushen. Oh! Wir wollen kämpfen! Ich hafte nicht für beschädigte Waren. Die Gegner! Die Gegner haben uns gefunden. Okay. Na gut. Die Gegner haben uns gefunden. Was bedeutet das für mich konkret? Was bedeutet, wir legen los? So in etwa. Währenddessen sammeln die hier fleißig weiter. Schwarzmarkt habe ich ja noch nicht. Deswegen ziehen wir in die Schlacht. Genau. Ja, prinzipiell wird das wahrscheinlich wieder eine simple Mission sein. Ich wollte gerade sagen, der Gegner wird keine Produktionseinheiten haben. Allerdings ist das jetzt... Ah, Stufe 3 Einheit nicht ganz vorne. Nicht gegen einen Panzer. So, das ist jetzt ziemlich geil. Der Skorpionpanzer. Genau. Wir können Geld verdienen, indem wir den Schrott, den zerstörten Vehikel überlassen, einsammeln. Und später gibt es auch noch eine Einheit. Also dieser eine Panzer, der ein bisschen breiter aussieht, der wird durch diese Schrottteile sogar abgegradet und stärker. Vollgas! Vollgas! So, dann machen wir mal den weg. Gut. Halt, nicht zu schnell. Bisschen warten, bis alles andere auch gekommen ist und jetzt wieder vorrücken. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, jetzt haben die Raketen da reingeschossen. Ja, die Jeeps. Useless. Die Jeeps sind so useless, wenn sie davor racen. Beziehungsweise es ist so eine Bestrafung, hier mehrere Gruppen zu nutzen, die nicht sich gleich verhalten. Ah, Moment. Der Jeep rüstet sich, glaube ich, auf. Der rüstet sich, glaube ich, auch durch den Schrott auf. Okay. Vollgas! Wir machen ihn fertig. So, mit Abschluss. Vernichtet sie. Ich habe hier übrigens einen Radarwagen. Radarwagen können später, ähm, ja Gebiete aufdecken prinzipiell. Oder sich als Kaninchen, äh, als Futter, als Lockvögel. Ach komm, schon nicht die guten Einheiten immer nach vorne. Aber ja, der hat schon eine richtig große Wumme hinten drauf. Der ist schon richtig gut upgrade. Und auch noch Stufe 3. Geil. Hier Money noch sammeln. Ja, wir könnten das da zerstören, dann, dann werden die wieder befreit, würde ich sagen. Ja, der hat jetzt so richtig geile Raketen. Nieder mit allen Tyrannen! Ja! Die Leute laufen über. Ja, und jetzt können wir da eigentlich den, äh, einnehmen. Die haben da nichts, außer eine kleine Basis. Und die produzieren da, glaube ich, kaum was. Dementsprechend überrennen wir sie am besten. Diese Raketen, die sie ab und zu mal schießen können jetzt, die sind der Hammer. Die kann man auch noch verbessern mit Antrax und sowas, damit sie ja auch noch mehr Effekt auf Infanteristen haben. Zum Beispiel. Zerstör den Bunker-Jeep, bevor du selbst zerstört wirst. Regenerier dich wieder. Bitte, tu es. Du bist nämlich so gut. Ja, in Stufe 3-Jeep mit voll equippten Schrott ist echt Bombe. Der Böllert hier alles weg. Der macht richtig'n Damage. Wie ihr sehen könnt, diese roten Raketen kommen von ihm. Oh, da wäre sogar ein Vic außen rum gewesen scheinbar. Ich hätte gar nicht die Basis angreifen müssen. Egal. Zerstört den Damm. So, und jetzt draufballern. Gut. Ja, die anderen werden jetzt wahrscheinlich da drum laufen. Genau, dort einen alternativen Weg finden, aber das reicht schon. Sobald so ein Damm brüchig ist, wird irgendwann die Statik so, dass sie komplett bricht. Wie soll er da weggehen? Ganz ehrlich. Dann halt nicht. Tod dem Imperialismus. Jawoll. Befreit im Floß. Wir sind die Ends. Und das war Isengard. Oh, Moment. Hätte ich da eine Basis angreifen können? Hm, das wusste ich gar nicht. Muss ich aber auch nicht mehr. Sehr gut. Wir waren siegreich. Unsere erste Mission. Das ist richtig. Kurz und knackig. Hat's geklappt. Da war sogar noch was. Uh, da war Geld oder so. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nette Gimmings. Nice. Das war sozusagen die erste Mission. Ihr seht schon, die GBA, die hat ein bisschen anderen Spielstil und ein paar andere Mechaniken. Deswegen wird's ziemlich cool, damit weiterzumachen. In dem Sinne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Liken. Abonnieren. Kommentieren. Verteilen. Nicht vergessen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.